Hallihallo ihr Lieben. Hi liebe Kinder. Hier ist die Nane aus dem Neptunbad. Hallo liebe Neptunianerinnen und Neptunianer. Hallo hier ist die Jessica. Hier aus dem Neptunbad in Ehrenfeld. Hey ihr Lieben, grüße euch. Hallo, ich heiße Julia. Ich bin's, der Julian, der Physio von der Fitnessfläche. Bin seit 10 Jahren Trainer im Neptunbad. Mein Name ist Vera. Hallo zusammen, hier ist mal wieder die Elisa aus dem Gartenloch. Ich begrüße euch aus dem Saunabereich im Neptunbad. Hier im Neptunbad im großen Studio. Im, jo, im Gardenloft. Aus der wundervollen Gardenlounge. Wir sind heute hier im Garden Neptunbadloft. Im Gardenloft. Und hier machen deine Eltern sonst Sport. Alles was wir heute brauchen, ist nur der Bank. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Friedemann. Ich würde sagen, ihr könnt euch eure Sportklamotten anziehen und dann geht's direkt los. Und ich habe euch heute einen CrossX Expresskurs mitgebracht. Herzlich Willkommen zu dieser Kinder-Yoga-Stunde. 45 Minuten Les Mills Body Combat. Bei Yin-Yoga. Zu 30 Minuten Mobility. Vinyasa-Stunde für Fortgeschrittene Ab. Ein kleines Bauch-Tabata. Eine halbe Stunde Meditation. 25, 30 Minuten Pränatal-Yoga mit euch. Wie gesagt, macht das regelmäßig. Und nutzt vor allem auch all die anderen wundervollen Klassen, die euch vom Neptunbad geboten werden. Bist nervös bin ich, lass mich ehrlich sein. Wir haben nie gemacht sowas. Ich stand noch nie vor der Kamera. Wir legen los. Und jetzt habe ich vergessen. Wir können nochmal neu machen. Ich habe einen Timer nicht. Mann ey. Nicht dämlich ey. Für eine Übung braucht man ein kleines Zusatzgewicht. Geht aber grundsätzlich auch ohne. Ich habe jetzt mal eine kleine Wasserflasche mitgebracht. Wo habe ich die jetzt hingetan? Ach scheiße ey. Willst du nicht verarschen? Alter, das kann ja nicht sein, oder? Hallo liebe Neptunianer und Neptunia- Nee. Ich wollte ihn bringen. Don't do it. Don't do it. Gemeinsam trainieren. Lampum. Hallo zusammen. Ich bin der Dime. Wir sind bei uns im Neptungard. Unser Körper mit bewegen. Mit Absicht bewegen. Ein paar. Okay. Yeah. Alle die Hände hoch. Die Party ist zu Ende. Jonas. Party ist zu Ende. Party ist zu Ende. Sorry. Okay. Die Party war so lang und intensiv. Wir wollten gar nicht mehr nach Hause. Das war richtig guter Rock'n'Row. Mal kurz wieder einmal kurz runterfahren. Kurz Seriosität an den Start legen. Immer schwer, wenn ich mit Benne irgendwo bin. Das war halt aber der peinlichste, was ich hier in meinem Leben gemacht habe. Das darf niemals jemand hören hier. Wir waren hackenstramm. Egal, wer die Ansprache macht, keiner darf lachen. Ich fange an zu sprechen. Ich fange an zu sprechen. Ich fange an zu sprechen. Okay. Okay. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart. Namaste. Vielen Dank für euer positives Feedback bei Facebook und Instagram. Das hat uns wirklich enorm motiviert, dass wir bei jedem Video nochmal eine Schippe drauflegen. Vielen Dank. Vielen Dank. Namaste. Danke fürs Mitmachen. Ja, vielen Dank. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr mitgemacht habt. Und bleibt gesund. Ähm, ja. Und dann sehen wir uns bestimmt bald wieder. Ich bedanke mich. Und denke immer daran, so viel wie du lachen kannst, so glücklich können die Menschen um dich herum sein. Namaste. Alles klar. Ich wünsche euch viel Spaß. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis dahin, Michael. Ciao. Bis dahin, Herr Moritz. Ciao, ciao. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, du hattest Spaß mit mir. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Ich bedanke dich vor allen Dingen noch einmal bei dir selber, dass du dir die Zeit nimmst, in dieser besonderen Zeit wirklich einen Unterschied zu machen. Namaste.